Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cyberport Unboxing. Heute verschaffen wir uns einen groben Überblick über das Javik Xenta 13C. Nein, das ist keine Schulklasse, sondern ein 13,3 Zoll großes Tablet aus den Niederlanden. Und in dem schwarzen Karton wird folgendes geliefert. Das Tablet, ein Netzteil, ein Steckeradapter für Deutschland und einer für England, zwei Micro-USB-zu-USB-Adapter und ein Quickstart-Guide. Das Riesentablet besitzt all seine Anschlüsse auf der rechten Seite. Die da wären der Reset-Knopf, ein Kopfhöreranschluss, der Steckplatz für den Netzstecker, ein Micro-SD-Kartenslot, ein Mini-HDMI-Anschluss, zwei Micro-USB-Steckplätze und ein Mikrofon. Auf der Oberseite findet man den Netzschalter und die Lautstärkewippe. Die linke Seite ist nur mit den Schlitzen des Lautsprechers versehen. Auf der Vorderseite ist zentral eine Kamera, auf der Rückseite befindet sie sich rechts oben. Wie gut und vor allem wie nützlich ein 13 Zoll Tablet ist, werden wir wie immer in einem Extra-Testvideo beleuchten. Bis dahin bedanken wir uns fürs Zuschauen und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020